Hallo zusammen, am allerliebsten mache ich natürlich Urlaub in meinem Heimatland Kroatien, weil wir ein unglaublich schönes Meer haben, wunderschöne Strände. Das Essen ist hervorragend, man kann richtig schön entspannen, man hat eigentlich alles, was man braucht. Man kann sich gut erholen, man hat überall die Möglichkeit, Sehenswürdigkeiten anzuschauen, man kann für junge Leute auch Partys machen, man kann von einer Insel zur anderen fahren mit dem Boot und ganz viel vom Land sehen. Wir haben natürlich auch wunderschöne Parks und es macht richtig Spaß da und da kann man die Seele richtig schön baumeln lassen.